Luis Teichmann ist vielen von euch bekannt unter dem Pseudonym 5-Sprechwunsch, weil er mit diesem Namen auf zahlreichen Social-Media-Kanälen wie TikTok, Instagram oder YouTube unterwegs ist. Heute ist Luis bei mir im Interview zu Gast und wir unterhalten uns über das Thema Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst. Wenn ihr mehr über das Thema Feuerwehr erfahren wollt, dann klickt hier unten auf Abonnieren, aktiviert die Klingel und schaut, dass die Benachrichtigung auf dem Smartphone eingeschaltet ist. Hallo Luis, herzlich willkommen in meinem Interview. Hallo, danke für die Einladung. Lieber Luis, erzähl doch mal kurz, was du so alles treibst. Was ich so alles treibe? Also ich bin mittlerweile ausstudierter Rettungsingenieur als Master of Science quasi abgeschlossen im April diesen Jahres. Habe 2014 FSJ im Rettungsdienst gemacht, gemerkt, dass mir das ganz gut gefällt, also direkt nach dem Abi und bin jetzt quasi seit acht Jahren im Rettungsdienst als Rettungssanitäter. Und genau, das ist so das, was ich mache. Und nebenbei nehme ich seit 2020, glaube ich, die Leute so ein bisschen mit in die Welt des Rettungsdienstes, mal humorvoll, mal ernst habe, unter dem alias 5-Sprechwunsch auf TikTok und Instagram. Genau, und ich glaube, da kenne ich auch schon die meisten und dadurch bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Und was man vielleicht nicht unerwähnt lassen sollte, du bist ja auch Spiegel-Bestseller seit kurzem. Ja, stimmt, genau. Ich bin Spiegel-Bestseller-Autor, richtig. Ich habe ein Buch geschrieben, Einsatz am Limit heißt es. Und das ist jetzt prompt auf der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet, freut mich. Genau, das stimmt. Gut, dass du es sagst. Cool. Und umso mehr freut es mich, dass wir uns mal um das Thema Zusammenarbeit, Feuerwehr und Rettungsdienst unterhalten. Und du hast ja schon gesagt, du beschreibst oftmals Dinge sehr humorvoll. Da will ich gleich schon mal vorwarten, das soll einfach ein lockeres Gespräch sein. Da wird vielleicht die eine oder andere Anekdote auch mal kommen oder das eine oder andere Vorurteil. Aber ein bisschen Wahrheit steckt ja immer drin und das soll einfach mal beide Seiten so ein bisschen zum Anregen bringen. Wir steigen mal ein. Fahrzeugaufstellung. Also angenommen, du kommst zum Einsatz oder die Feuerwehr kommt dazu. Gibt es denn da so aus Rettungsdienst-Sicht gewisse Punkte, die man beachten sollte? Das ist natürlich eine schöne Frage. Ja, auf jeden Fall. Also das kommt tatsächlich immer aufs Meldestichwort an. Bei P-Tür beispielsweise haben wir uns das schon angewohnt, dass wir an der Hausnummer entweder vorbeifahren um zwei Fahrzeuglängen oder ausreichend davor stehen bleiben, eben weil wir noch damit rechnen, dass zumindest hier in Köln im großstädtischen Setting ein Löschfahrzeug und eine Drehleiter mit zur P-Tür kommen und die brauchen einfach Platz. Und auch ich weiß, der Kranz muss ja dann, der Drehleiter muss ja genau auf Höhe des Fensters sein, wo man entsprechend anleitern möchte gegebenenfalls. Und das heißt, hier stellen wir uns natürlich nicht einfach vor die Tür, sondern lassen genügend Platz. Dasselbe auch beim Feuer. Hier ist das teilweise so unübersichtlich im großstädtischen Setting, dass wir uns tatsächlich einfach ganz weit entfernt wegstellen, wenn wir erst eintreffend sind. Weil man einfach nicht absehen kann, aus wie vielen Richtungen jetzt gleich wie viele Fahrzeuge kommen. Aber grundsätzlich ist mir aufgefallen, eigentlich steht man immer falsch aus Sicht der Feuerwehr. Und da kommt es dann auch regelmäßig mal zu Konfrontationen. Gut, aber du hast ja schon die Musterlösung genannt. Mir ging es auch darum, also aus anderer Sicht, was kann ich denn als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau falsch machen, wenn ihr schon an der Einsatzstelle seid? Wie stelle ich mich denn so auf, dass es dann passt? Das kommt jetzt darauf an. Also wie immer, es kommt darauf an. Also jetzt, wenn wir einen Rettungsdiensteinsatz haben, stehen wir immer vor der Tür. Und da kann man eigentlich nur eins falsch machen, nämlich die Fluchtrichtung des RTWs zuzuparken. Also das ist aber aus meiner Sicht eigentlich, achtet man da schon drauf, dass man das nicht tut. Das betrifft auch eher so Sackgassen. Und ansonsten kann man da eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Was natürlich schade ist, also wir stellen uns jetzt natürlich nicht immer mit dem Wissen auf, dass wir vielleicht gleich eine Patientenrettung über Drehleiter machen. Das bedeutet, gegebenenfalls steht der RTW dann da, wo die Drehleiter stehen müsste. Aber auch das lässt sich ja dann schnell über den Fahrzeugschlüssel lösen. Dann wird das Fahrzeug halt dahin gesetzt, wo es stehen muss. Genau, was ich schade finde tatsächlich, so habe ich es mal gelernt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass bei Feuerlösch-Einsätzen der RTW immer ganz hinten fährt. Aber bei Rüstzug-Einsätzen eigentlich RTW, NEF, insbesondere auf Autobahnen, immer vorausfahren sollen, damit sie eben dann ganz hinten stehen. Da merke ich nämlich teilweise, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Regelung ist oder nicht, dass das irgendwie noch nicht so einheitlich ist, dass der RTW dann lieber so dem LF hinterherfährt, aus Angst, er könnte sich fair fahren. Oder dass das LF nicht möchte, dass der RTW vorfährt. Ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, ob das einheitlich ist oder ob das überall anders ist. Also ich komme ja auch aus einer Feuerwehr, wo wir, also ich nenne es mal ein Rendezvous-System fahren. Das heißt, von allen möglichen Wachen aus allen möglichen Richtungen kommen da die Einsatzfahrzeuge. Das heißt, da gibt es gar keine feste Konstellation, weil das einfach ein Zufallsprodukt ist. Feuerwehren, die ein Löschzug-System haben. Ich kenne es auch so, dass der RTW, wenn dann immer hinten dran ist. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich wenn ich jetzt außerhalb der Stadt bin, also Landstraße oder eben Autobahn, dass man da gerade als Feuerwehr darauf achtet, dass ich mich zum Beispiel auf der Seite aufbaue oder eben vor dem Verkehrsunfall und einfach darauf achte, dass die RTWs noch vorbeikommen. Weil wenn ich dann anfange mit Rettungsplattformen und Schere, Spreizern, was weiß ich, was da noch alles kommt und dann muss der RTW weg und er kommt gar nicht mehr vorbei, dann habe ich echt ein Problem. Also das sollten wirklich auch die Feuerwehrleute im Kopf haben, dass ich eine Abfahrrichtung für eine Rettungsdienst schaffe. Gut, Luis, wir haben uns jetzt über das Thema Autobahn außerhalb auch von Ortschaften unterhalten. Ordnung des Raums, ist es so ein Begriff, der in der Feuerwehr auffällt, also dass man sich eben abstimmt, wo ist der Bereitstellungsraum, wo ist die Patientenablage. Wie sollte es da aus deiner Sicht laufen, was die Zusammenarbeit Feuerwehr und Rettungsdienst angeht? Ich merke, dass das Thema Rettungsdienst sehr stiefmütterlich behandelt wird, auch im Einsatz. Es gibt zwar irgendwie so standardisierte Funktionen, irgendwie das zweite Löschfahrzeug, davon soll der Gruppenführer zuständig sein für die Patientenablage. In Real Life habe ich so den Eindruck, der findet selbst erstmal eigentlich am spannendsten, was da brennt und steht dann erstmal irgendwie bei der Einsatzleitung und irgendwann, ach so, ich habe ja irgendeine RTW, Moment, dann gehe ich mal zu dem. Das finde ich immer ein bisschen schade. Was ich auch schade finde, das ist aber manchmal, glaube ich, nicht vermeidbar, die Feuerwehr sieht natürlich erstmal das Feuer und will als erstes mit allem, was sie hat, da drauf. Das heißt, Schläuche werden ausgefahren, tausend Hindernisse errichtet und es gibt keine Gasse, wo man einfach mal durchfahren könnte mit der Trage. Und dann hat man Patienten und dann erwartet man aber, dass der Rettungsdienst von ganz hinten, wo er steht, innerhalb von 30 Sekunden quasi mit Trage direkt vor der Tür steht. Das sind so Krepitationen, wo es manchmal, wo ich merke, das ist ein bisschen schwierig. Also ich kann natürlich die Feuerwehr verstehen, die Schläuche, die kann man jetzt auch nicht biegen und in Ecken irgendwie anordnen. Aber ich finde schon, dass man sich so ein bisschen damit beschäftigen sollte, okay, wenn ich jetzt hier gleich eine Trage brauche, wie kommt die denn hier eigentlich hin? Weil dieses ständige Hoch-Runter, das nervt dann auch letztlich. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das kann ich nur an beide Seiten appellieren, dass man halt am Anfang einfach sich abstimmt. Also sprich, der erste Eintreffen der RTW, der sollte einfach zum Einsatzleiter laufen und sagen, hallo, hier bin ich, wie ordnen wir denn den Raum? Dass man sich mal kurz abstimmt, okay, Bereitstellungsraum für den Rettungsdienst ist in der Straße oder an der Straßenkreuzung für die Feuerwehr auf der Seite. Wo machen wir eine Patientenablage? Dann kann man schon mal grob das strukturieren. Blöd ist natürlich immer, wenn es so läuft, wie du gesagt hast, dass die Feuerwehr erst mal nur ihren Brand im Kopf hat und gar nicht an euch denkt, weil das sind alle Räume, die ihr vielleicht braucht zu. Oder andersrum, wenn die Kollegen vom Rettungsdienst gar nicht vorkommen, sondern im RTW erst mal sitzen bleiben und man als Einsatzleiter gar nicht so wirklich wahrnimmt, oh, da ist ja schon jemand. Klar, die machen es über Funk, das geht dann aber auch unter. Und ja, dann steht man an der Einsatzstelle und kriegt gar nicht mit, dass eigentlich schon irgendwie ein oder zwei RTWs irgendwo rumstehen. Also da muss ich schon sagen, das gehört sich aus meiner Sicht schon, dass man alles, was man im Notfall braucht, dass man das auf die Trage packt, seinen Helm anzieht und sich zumindest in Sichtweite aufstellt. Weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass über Funk, das läuft auch mal mehr, mal weniger, aber dass man zumindest sieht, wenn einer wild gestikuliert. Ja. Dann, wenn es um das Thema Patient geht, angenommen, die Feuerwehr ist schon vor Ort, jetzt kommt ihr als Rettungsdienst dazu. Patientenübergabe, was sind denn so Dinge, die aus eurer Sicht wichtig sind oder die man in unseren Tisch fallen lässt, auf was sollte man da achten? Wenn ihr als Feuerwehr uns den Patienten übergebt? Genau. Also man muss dazu sagen, vielleicht als Ergänzung, ihr habt ja nicht immer so den super, also die meisten Berufsfeuerleute sind Rettungssanitäter. Okay, das kann aber je nachdem, ob man Rettungsdienst fährt oder nicht, natürlich schon eine Zeit lang her sein. Wir haben natürlich auch viele freiwillige Feuerwehren, die eine Erste-Hilfe-Ausbildung machen. Und da gibt es vielleicht Dinge, wo ihr sagt, du, sag mir was zum Unfallmechanismus, sag mir was zum Alter oder was hast du schon alles rausbekommen, dass man einfach mal so grob weiß, was wollt ihr überhaupt von uns? Ja, also ich glaube tatsächlich, der Rettungsdienst ist eigentlich nie groß auf externes Wissen angewiesen, ohne es auch ganz zu meinen. Aber ich habe festgestellt, wir kriegen dasselbe aus dem Patienten auch so raus. Was schon wichtig ist, ist wirklich, wenn jemand nicht auch nur dazukommt und dann anruft, sondern wirklich das Ereignis beobachtet hat, wenn er das schildert. Also das beste Beispiel ist da die konvulsive Synkope. Also es gibt eine Form der Ohnmacht, der Synkope, bei der der Patient oder sogar die meisten Synkopen verlaufen, sodass der Patient ohnmächtig wird, zum Beispiel Kreislauf, nichts gegessen und dann zittert er kurz. Und dieses Zittern wird oftmals als Krampfanfall interpretiert. Das ist allerdings ein ganz anderer Fall, ein Krampfanfall. Der wird im Krankenhaus ganz anders untersucht und zieht ein Fahrverbot nach sich, wenn das nicht bekannt ist, das Krampfleiden. Also es gibt nicht wenige Menschen, die mal im Kindesalter konvulsiv synkopiert sind und dann kommt irgendwer und sagt, der hat gekrampft, der hat gekrampft. Der Neurologe, ja gut, hier kommt Rettungsdienst und sagt mir, der hat gekrampft. Okay, tut mir leid, zwei Jahre Fahrverbot, wenn es nochmal auftritt, dann ist ganz. Und das sind so entscheidende Informationen, wie schnell war der wieder ansprechbar, um sowas auszudifferenzieren. Auch beim Unfallmechanismus sicherlich auch. Wie schnell war das Fahrzeug ungefähr? Da gibt es ja diese magische 30 kmh Grenze. Aber sonst habe ich die Erfahrung gemacht, aber das gilt auch unter Rettungsdienstlern, wenn einer privat vor Ort ist und sich eine Übergabe macht, dass weniger Informationen immer mehr sind. Also das wird auch schnell dann irgendwie so als Geltungsdrang wahrgenommen und dass dieser klassische nonfallende Täter, der quasi privat anruft bei einer hilflosen Person und dann mit ABCDE anfängt, das ist dann etwas too much. Ich glaube, im Zweifel fragen wir auch einfach. Okay, aber das ist nochmal ein guter Hinweis, weil ich habe auch viele Freunde, die natürlich im Rettungsdienst aktiv sind und mit dem unterhalte ich mich auch und ich versuche dann immer viel mitzunehmen, so Vorerkrankungen abzufragen, Alter und was weiß ich noch alles. Aber wenn du sagst, naja, eigentlich fragt ihr das selbst, dann kann ich mir das eigentlich auch sparen und wird die Übergabe auch kürzer, nämlich nur sagt, du, Puls ist so und so, ich bin jetzt seit fünf Minuten am Patienten, der ist gegen den Baum gefahren und dann fragt ihr euch ja sowieso die anderen Punkte. Wir sehen ja auch, du bist Feuerwehr und da erwarten wir jetzt auch irgendwie nicht, dass da jetzt ein Riesending kommt und das ist genau dasselbe wie beim Notarzt. Wenn wir das alles machen, was du machst und der Notarzt kommt, der fragt das auch alles nochmal, obwohl wir dem das alles erzählt haben. Also genau, wenn es nicht zu viel Zeit kostet, dann kannst du es auch lassen, ja. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Du hast gesagt, wenn der Notarzt dazukommt, also wirklich so, dass er das nochmal selber macht, weil da hätte ich jetzt schon gedacht, wenn der Notfallsanitäter da ist, dann hat der ja schon vorgearbeitet. Nee, 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 das fängt dann auch nochmal von vorne an. Man sagt denen, wir haben den Patienten dann Brustschmerzen, die Allergien und die Medikamente. Okay, also wo haben sie dann genau die Schmerzen? Aha, okay, ja. Und was nehmen sie nochmal für Medikamente? Da steht man daneben, das habe ich ja alles gerade erzählt, steht auch schon hier. Okay, ja gut, dann geben wir mal das und das Medikament. Also im Prinzip startet man immer wieder bei Null. Ich kann den Arzt da auch verstehen, aber ja, es ist so. Man startet immer wieder bei Null. Okay, aber es ist ja noch umso wichtiger, weil wenn du dir mal die Kette vorstellst, also es kommt ein Ersthelfer mit Feuerwehr- oder Rettungsdienstwissen, der macht die Befragung, dann kommt vielleicht als erstes die Feuerwehr, die befrägt ihn wieder, dann kommt ihr als Rettungsdienst und fragt nochmal und dann kommt der Notarzt, dass er sich beim Pfoten mal denkt, naja, also so langsam solltet ihr ja wissen, was ich habe, ist dann auch klar. Naja, ich denke auch, der Patient ist irgendwann einfach so, Leute, redet die auch miteinander? Wenn es um die Versorgung des Patienten geht, ich durfte schon mal die Infusion halten, ich habe bei der Reanimation mitgeholfen. Gibt es denn sonst noch Dinge, wo ich als Feuerwehr euch unterstützen kann? Klar, wenn ihr was braucht, sagt ihr das, ich brauche jetzt eine Ausleuchtung der Einsatzstelle oder wir müssen den Patienten irgendwie jetzt noch warm einpacken oder halt mit dem Strahler zum Beispiel noch anstrahlen, dass er die Wärme behält oder auch bei der Tragehilfe. Gibt es sonst noch irgendwas oder meldet ihr euch, wenn ihr irgendwas von uns braucht? Also das kommt auch darauf an, wenn man mit einem Löschfahrzeug zum Beispiel unterwegs ist, jetzt von der Berufsfeuerwehr, die sind ja nun mal alle auch Notfallkanitäter meistens oder Rettungsans wenigstens, die wissen eigentlich genauso, weil sie ja am nächsten Tag vermutlich selbst wieder auf dem RTW sitzen, was jetzt gerade angesagt ist, was nicht. Die wissen ganz genau, wie sie sich einbringen müssen. Das läuft alles krepitationsfrei. Ansonsten ja, dass man bei einer Reha, dass einer die Reanimation übernimmt, Infusion halten, das sind ja so Sachen auf jeden Fall. Das sind ja keine medizinischen, invasiven Maßnahmen oder so. Das kriegt ja jeder hin, in Anführungsstrichen. Das auf jeden Fall, wenn man sich auskennt im RTW, wenn man Sachen holt, das ist natürlich auch eine Erleichterung. Aber ansonsten melden wir uns dann natürlich, ja. Was ich noch wichtig finde, gerade wenn es so Drehleiter für den Rettungsdienst ist, dass man auch so ein bisschen Personal wieder aus dem Raum rauszieht. Also ich kenne da so Situationen, enges Schlafzimmer ist halt auch eine laufende Reha. Aber dann ist die Polizei mit drei Leuten drin, dann ist eine Staffel vom Löschfahrzeug drin, ihr seid noch da, dann sind irgendwie zwölf Leute und die Angehörigen auch noch im Raum weiter. Oder dass man da auch aus Vollversicht sagt, so jetzt ist mal gut, ein bis zwei, die stehen bei euch, um euch zu unterstützen und der Rest geht erst mal raus. Das ist tatsächlich auch etwas, weshalb wir grundsätzlich immer das NEF versuchen abzubestellen. Wenn wir einen Praktikanten haben, das NEF hat einen Praktikanten, dann steht man da mit sechs Leuten im Raum und letztlich, man tut gar nichts mehr. Also der Notarzt stört sich mit seinem Praktikanten auf den Patienten, der NEF-Fahrer schreibt, unser Azubi versucht noch so ein bisschen zuzuarbeiten. Ja, und dann schauen wir uns meistens noch so an, okay, ich gehe mal das Stühlschild holen, das war mein Einsatz. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, also viel hilft nicht immer unbedingt viel. Was ich aber sagen muss, was mir so ein bisschen um den Keks geht manchmal, sind so diese Besserwissersprüche der Feuerwehr. Weil ich mir denke, also ich gehe jetzt auch nicht zu dir und erkläre dir deine Pumpe. Aber die Feuerwehr, merke ich, die lässt sich manchmal dazu hinreisen zu sagen, ja, mach das doch mal so und so oder wie wäre es, wenn dir das so und so. Ja. Okay. Ja, also hat wahrscheinlich damit zu tun, dass halt die, eigentlich fast alle zumindest mal eine Rettungssanitäterausbildung gemacht haben, ja, und zumindest mal vermeintlich das Gefühl haben, ich kenne mich ja da aus, aber klar, wenn ich das halt, also je nachdem, wenn ich eine Feuerwehr bin, wo ich regelmäßig im Rettungsdienst fahre, schaut die Welt noch anders aus, aber wenn es jetzt Feuerwehren sind, wo ich halt seit Jahren überhaupt nichts mit dem Rettungsdienst zu tun habe, dann wird ein frisch gebackener Notfallsanitäter wahrscheinlich einen unglaublichen Wissensvorsprung haben. Ja, das betrifft jetzt auch nicht die freiwilligen Feuerwehren oder so, das ist halt tatsächlich hauptsächlich so ein Berufsfeuerwehrkrevitationsproblem, habe ich zumindest festgestellt, aber es ist auch mal mehr, mal weniger. Aber du hast gerade einen guten Punkt angesprochen. Was nervt denn sonst noch so an der Feuerwehr? Also es soll jetzt gar kein Bashing sein, aber das sind ja schon so Dinge, wo du sagst, naja, ist ja gut, ist eigentlich mein Hauptjob, da brauche ich jetzt nicht so viele Tipps, vielleicht auch mal eine gewisse Überheblichkeit, ich weiß nicht, könnte ich mir vorstellen. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Feuerwehr den Anspruch für sich erhebt, zu wissen, wie es läuft, aber generisch bezogen auf alles. Und das nervt tatsächlich manchmal so ein bisschen. Es nervt auch vor allem in der Organisationsstruktur, dass man den Eindruck hat, dass der Rettungsdienst sehr stiefmütterlich behandelt wird und da kann die Feuerwehr jetzt nichts für, aber dadurch, dass ja eigentlich, ehrlicherweise muss man sagen, ein Feuerwehrmann, der macht Rettungsdienst ja sein Leben lang nur in Teilzeit. Also der wird ja nie Vollzeit Rettungsdienst fahren. Der fährt ja immer mal auf der Drehleiter auf dem Löschfahrzeug, dann ist er wieder auf dem RTW. Und dadurch, finde ich, erweckt die Feuerwehr so ein bisschen den Eindruck, das kann man halt so nebenbei machen. Und das, finde ich, diskreditiert so ein bisschen die Leute, die das in Vollzeit machen, die sich dann aber an der einen Stelle auch nur irgendwie einen Spruch fangen müssen, so nach dem Motto, ihr doofen Rettungsdienstler. Und das finde ich so ein bisschen schade. Und wenn es nach mir ginge, also ich plädiere ja sowieso für so ein System Berufsrettung und Berufsfeuerwehr, weil ich glaube schon, dass man da noch viel mehr rausholen könnte. Und ich finde es schade, dass es quasi so als Appendix gesehen wird, nur der Rettungsdienst, obwohl er ja einsatzmäßig wesentlich mehr ausmacht als die Feuerwehreinsätze. Also es ist eine sehr interessante Sichtweise, weil ich bin ein Freund von diesem Alles aus einer Hand. Ja, da bist du nicht nur du der Freund. Ja, das muss auch gar nicht Feuerwehr heißen. Man kann dem ganzen Kind auch einen anderen Namen geben. Was ich merke, also ich komme ja aus einem Bundesland, wo die, oder in dem Bundesland fährt die Berufsfeuerwehr relativ wenig Rettungsdienst oder gar nicht, dass die Denkweise in der Feuerwehr natürlich mit Rettungsdienst eine ganz andere ist, also viel positiver, weil die Führungskräfte, die Leute auf den Löschfahrzeugen, die denken einfach immer im Rettungsdienst auch mit, was ich halt sonst nicht so habe. Weil klar, wenn ich mal meine Rettungssanitäterausbildung gemacht habe, dann mache ich zehn Jahre nichts, dann kriege ich da einfach gar nichts mehr mit. Und das sehe ich schon als großen Vorteil. Aber ich gebe dir schon recht, halt auch mal die Frage, kriege ich beides noch unter einem Hut, auch ausbildungsmäßig? Also ich finde es gar nicht verkehrt, dass man einen Rettungssanitäter macht, auf gar keinen Fall. Soll das nicht gemacht werden. Also ich finde das sogar schwer erforderlich. In Wien haben sie noch nicht mal das. Aber ich hatte tatsächlich, als ich in Wien mitgefahren bin, auch direkt zwei Einsätze mit der Feuerwehr. Und das lief immer einwandfrei, Hand in Hand, ohne irgendeine Krepitation. Ich hatte sogar den Eindruck, dadurch, dass sie weniger Wissen hatten, haben sie bei so ein paar Sachen geholfen, wo ich mir so dachte, naja, das hätte mich jetzt hier keiner gefragt. Also die denken sich wahrscheinlich, naja, das können die alles selber schleppen, das schleppe ich ja auch alleine, wenn ich auf dem RTW sitze. Und da kommt dann direkt einer, hör mal, kann ich noch irgendwas mitnehmen? Braucht ihr noch irgendwas? So und so. Und ich habe das schon gar nicht so verkehrt wahrgenommen. Ich hatte auch den Eindruck, die Stimmung ist allgemeine bessere, weil man jetzt nicht zum Rettungsdienst verpflichtet wird, sondern man ist halt bei der Feuerwehr und ist dort bei der Feuerwehr. Und ein Spruch, der mir aber so hängen geblieben ist zum Beispiel, der kam mir letztens, ja, also ihr seid Leistungserbringer für die Feuerwehr. Und der spricht schon sehr genau diese Problematik an, die ich nämlich meine, dieses, ihr seid Leistungserbringer für die Feuerwehr. Ja, keine Ahnung. Also deshalb finde ich, wenn man es jetzt, wie du es schon sagst, wenn man sagt, okay, wir haben das Amt für Feuerschutz und Rettungswesen zum Beispiel und sagen, es gibt hier die sparte Berufsrettung, Berufsfeuerwehr. Die sind zwei getrennte Abteilungen, aber kommunizieren natürlich miteinander, dann wäre das jetzt auch nicht verkehrt. Aber man merkt ja auch leider noch so in vereinzelt etwas älteren Feuerwehren, dass sich Leute mit Rettungsdienst beschäftigen, die das vielleicht gar nicht wollen oder da gar keine Ahnung von haben. Und das gipfelt dann in so Sachen wie, die Hiox kriegen immer die letzten Karren, die Feuerwehr kriegt immer das Neueste und Beste. Und das finde ich halt sehr schade einfach. Also da gebe ich dir schon recht, es sollte natürlich da nicht letztendlich die Konsequenz sein, zumal ja auch bei vielen Feuerwehren auch der Rettungsdienst einfach auch einsatzmäßig den Großteil ausmacht. Da muss man sich natürlich auch nichts vormachen. Also man ist ja, wenn man bei der Berufsfeuerwehr ist, in vielen Städten ja mehr Rettungsdienst oder mehr im Rettungsdienst, wie überhaupt noch auf dem Löschfahrzeug. Aber ich bin mal gespannt, wohin da die Reise geht. Man muss natürlich sagen, in Deutschland ist halt wirklich noch die Besonderheit, du hast wahnsinnig viel Ehrenamt auf dem Land und da hast du natürlich ganz andere Strukturen wie vielleicht jetzt in Ländern, in denen das auch alles wie auch militärisch zum Beispiel organisiert ist. Wobei ich mir halt die Frage stelle, also es ist ja sowieso sehr viel Frust gerade in dem System und wenn ich jetzt Berufsfeuermann werde, dann brauche ich eine Notfassentäterausbildung, muss ich machen. Vielleicht habe ich vorher schon eine Ausbildung, eine handwerkliche gemacht. Jetzt mache ich dann noch die Ausbildung zum Brandmeister. Ich habe drei Ausbildungen, mit denen ich unabhängig voneinander arbeiten könnte und werde bezahlt für eine, mehr oder weniger. Und wenn ich an Feuerwehr denke, denke ich nicht an einen RTW, dann denke ich natürlich an Löschfahrzeug. Und jetzt muss man ja auch sagen, dass so ein Löschfahrzeug ja sehr komplex ist in der Bedienungsweise. Auch bei einer Drehleiter kann man viel falsch machen. Sehe ich auch ab und zu mal, wenn dann Straßenschilder vom Drehkranz mitgenommen werden und so. Also das erfordert einfach Erfahrung. Und deshalb kann ich schon verstehen oder denke ich, dass die Unzufriedenheit davor programmiert ist, wenn man dann die Leute so alles irgendwie auf zehn Prozent einsetzt und die gar nicht die Möglichkeit haben, sich so auf eins so richtig einzulassen. Das mit meiner Trennung, Berufsrettung, Berufsfeuerwehr würde man das schon, glaube ich, ein bisschen entzerren können. Und dass sich als größte Herausforderung einfach die Komplexität in allen Bereichen zunimmt. Ich habe da immer so ein schönes Beispiel. Früher, als ich bei der Freiwilligen Feuerwehr angefangen habe, gab es zwei Schalter, einer von Blaulicht, einer von Martinshorn. Das war es. Ja, wenn du dir heute einmal nur diese Möglichkeiten anschaust, Sondersignal anzumachen. Und das heißt, in allen Bereichen fängt beim Digitalfunk an. Das wird bei euch im Rettungsdienst die ganzen medizinischen Geräte auch so sein. Ja, also wird spannend sein, wohin da die Reise noch geht. Aber da ist ja gerade viel Bewegung in dem Thema und ich denke, da wird sich auch noch sicherlich das eine oder andere tun. Ja, ich hoffe es. Du bist ja nach vorne mit dabei, also im Positiven, um einfach auch mal das Thema präsent zu machen, über alle Medien hinweg. Weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass sich die Menschen, aber natürlich auch die Politik mal Gedanken macht, wo wollen wir eigentlich auch strategisch hin, um da auch mal was auf die richtige Bahn zu bekommen. Ja, ob sie da was, also ich habe ja schon viel mit Politikern jetzt zu tun gehabt und das ist eigentlich immer das Gleiche. Politiker melden sich, oh ja, wir müssen was machen, was müssen sie was machen. Wir müssen mal reden, dann redet man und am Ende redet man nie wieder miteinander. Also das, ich weiß nicht, ich bin auch mal gespannt, ob sich überhaupt was tut oder ob das jetzt einfach so der Dauerausnahmezustand wird für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Mal schauen. Ich hoffe dann zumindest, dass wir mit diesem Interview noch viel erreichen, weil wir da nicht die Politik ansprechen, sondern die Leute, die zusammen auf der Straße sind und arbeiten. Ein Thema, das sicherlich auch noch wichtig ist, ist das Thema korrektes Tragen der Einsatzkleidung. Da ist halt immer so ein Thema, auch wieder Vorurteil behaftet, dass halt manchmal die Notärzte oder auch der Rettungsdienst ein bisschen arg locker an der Einsatzstelle ankommt. Ich muss sagen, in Städten, in denen quasi die Wachen auch Bestandteil des ganzen städtischen Rettungsdienststrukturs sind, da funktioniert es. Aber es gibt ja auch dann eher wieder im ländlichen Bereich Notärzte, die ja aus der Praxis kommen, wo es dann schon ein bisschen lockerer ist. Wie ist denn da deine Meinung? Hat sich das zum Positiven geändert? Wird es wieder ein bisschen lockerer? Wie siehst du das Ganze, was jetzt so die persönliche Schutzausrüstung angeht? Ich habe mich mal darüber beschwert, dass man sehr häufig in Dokumentationen über den Rettungsdienst Bayern sieht, dass die Notärzte mit Crocs an die Einsatzstelle kommen. Und das hat ja einfach nichts mit einer Schutzkleidung zu tun. Und daraufhin schickte mir irgendwann eine Rettungsdienstlerin ein paar Bilder von Notärzten in Crocs, Clocs und was es da alles gibt und sagte, wegen dir haben wir jetzt tatsächlich mittlerweile uns das zum Trend gemacht, sowas zu fotografieren. Also in Bayern scheint das noch ein Riesending zu sein. Finde ich nicht gut, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich finde es einfach kein seriöses Auftreten. Ansonsten so im städtischen Setting sehe ich aber auch, dass das eigentlich gar nicht mehr vorkommt, wo die Notärzte ja dann letztlich auch über die Kliniken irgendwie an die Feuerwehr ausgeliehen werden für diese Rotation. Und die haben dann immer das volle Programm, wobei natürlich da wieder so der Coolheitsfaktor öfter mitspielt. Hier schön die Hose in die Schuhe. Und das sind dann so Kleinigkeiten, aber ansonsten trägt schon jeder seine Schutzkleidung. Da muss man aber natürlich auch sich an der eigenen Nase packen. Also auch im Feuerbereich gibt es ja diesen Coolnessfaktor auch. Ich denke, man muss ja auch nicht pepstlicher sein als der Papst, aber gerade wenn es so zum Thema Verkehrsunfall, innerer Retter, ich meine, der muss einfach komplett die PSA anhaben, weil der auch wirklich was abbekommen kann. Wenn ich jetzt beim Brand 100 Meter wegstehe und aber meinen Helm nicht auf habe oder der auf der Trage liegt, dann kann ich jetzt damit genauso leben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der was auf den Kopf bekommt, ist ja auch gering. Aber wie ist es bei euch? Gibt es da bei euch irgendwelche SOPs, Vorgaben oder wie wird denn das gehandhabt? Genau. Da hat nie einer drüber gesprochen. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist Mundpropaganda. Bei Feuerwehreinsätzen ziehen wir einen Helm auf. Zumindest bei Feuer. Bei P-Tür jetzt natürlich nicht. Bei P-Klemmt schon, weil da könnte es ja sein, dass man wirklich ins Fahrzeug muss. Und ansonsten bin ich ja jemand, der grundsätzlich alles immer hinterfragt, was ihm so präsentiert wird. Das bedeutet, wenn ich mal keinen Helm trage irgendwie beim Feuer und da kommt jemand und sagt, wieso trägst du keinen Helm? Dann kann ich ihm mit Sicherheit sagen, dass ich auch weit abseits des Gefahrenbereiches stehe und somit gar keine Grundlage besteht, dass ich den trage. Aber grundsätzlich fürs Aussehen und so macht das natürlich schon was aus. Aber wenn jetzt hier einer in Krox an die Einsatzstelle kommen würde, dann glaube ich schon, dass das disziplinarisch was nach sich ziehen würde. Gut, man muss ja wirklich sagen, du hast angesprochen, es geht ja nicht nur um das Optische, sondern es geht ja gar nicht. Ich meine, man muss sich vielleicht auch mal ein bisschen schneller bewegen oder man muss mal mit der Leiter irgendwie in die Wohnung rein und das funktioniert halt einfach nicht. Aber da muss ich zugeben, solche Extremfälle hatte ich jetzt noch nie. Ich hatte sie schon einmal. Ah, okay. Gut, ja dann. War das dann Rettungsdienst, Notarzt oder wer ist dann so rumgelaufen? Das war der Notarzt, natürlich. Also ich habe den Eindruck, so die Ausnahmefälle sind immer die Notärzte. Da muss irgendwie jeder sich nochmal als ganz was Individuelles präsentieren manchmal. Und ja, auch da gibt es gute und schlechte, genau wie unter den Rettungsdienstlern. Jetzt nochmal zum Thema Kommunikation. Wir haben ja gesagt, schönes ist, wenn der erste RTW eintrifft, zum Einsatzleiter geht und sich dann austauscht. Wie ist denn das dann bei euch auch organisatorisch geklärt? Also wenn dann auch der Notarzt dazu kommt, stimmt ihr euch dann nochmal intern ab? Übernimmt dann der Notarzt sozusagen dann die Einsatzleitung für den Rettungsdienstpart? Wie wird denn das bei euch gelebt? Es gibt auch den Orgel, der ja auch noch dazu kommt. Wie läuft dann die Abstimmung bei euch ab? Also den Orgel kenne ich so tatsächlich überhaupt gar nicht. Also ich kenne den Orgel, aber jetzt nicht bei uns im Setting. Es läuft so, dass, wenn wir jetzt mal so von so einem Feuer 2Y ausgehen, bei anderen heißt es Feuer SOS oder was weiß ich, also brennt mit Menschenleben in Gefahr. Wo dann immer zwei Löschzüge kommen, in der Regel zwei RTW, ein NEF. Da ist es dann so, dass wir uns da bereitstellen und der Notarzt dann meist nach vorne geht. Trotzdem aber der Einsatzleiter uns separat anfunkt, wenn er irgendwas von den RTWs will. Der Notarzt sichtet dann trotzdem unsere Patienten und sagt uns was dazu. Und richtig Organisation bekommt das aus meiner Sicht dann erst, wenn wirklich der leitende Notarzt kommt, weil der dann auch weiß, ich bin jetzt hier ein leitender Notarzt und ich habe eigentlich nur organisatorische Aufgaben. Und dann bekommt das zumindest etwas Struktur. Dann wissen wir, unser nächster Ansprechpartner ist ja eigentlich nur der LNA und nicht die Patientenablage oder so. Also ich kenne bei uns das System mit LNA und Orgel. Die kommen dann so im Doppelpack. Und das finde ich extrem praktisch, weil klar ist, dass bei denen geht es nicht um direkt einen Patientenkontakt, sondern nur zu schauen, dass der Bereich läuft. Und das finde ich ist auch allein von der Organisation ein riesen Vorteil, weil ich eben nicht in dieser zigwühle bin. Oh Mist, ich habe jetzt hier zwei Patienten und muss mich darum kümmern, wo die Autos stehen. Und wenn ich jetzt nochmal nachfrage bei dir, Luis, also das heißt, es gibt einen LNA, aber der macht das dann eigenständig. Also Orgel gibt es dann gar nicht oder kann man sich das vorstellen? Nicht in der Funktion. Es gibt die Patientenablage Rettungsdienst. Das ist, wie gesagt, immer der Gruppenführer des zweiten Löschfahrzeuges. Und der leitet dann eben die Patientenablage. Also der kümmert sich um den ersten RTW, der eintrifft. Sobald jetzt natürlich der LNA kommt, wird das ein bisschen kompliziert. Genau, aber jetzt, es gibt keinen klassischen organisatorischen Leiter Rettungsdienst, weil ich glaube, der müsste ja dann auch wenigstens diese Weiterbildung haben. Und die haben das in der Regel nicht. Hast du noch irgendwas, Luis, wo du nochmal loswerden willst Richtung Feuerwehr? Also mir ist sehr viel Respektlosigkeit, aber die Feuerwehren, die finde ich, die zeigen den Hirocs schon, wo ihr Punkt ist. Das hat man, glaube ich, nicht so in Settings, wo die Feuerwehr den ganzen Rettungsdienst macht und die Hirocs nehmen nur so einen ganz kleinen Teil ein. Das hat man eher so in Settings, wo eigentlich die Hirocs überwiegen und die Feuerwehren nur so ein bisschen was machen. Wo es halt so ist, ganz viele Hirocs, aber die Feuerwehr macht trotzdem die ganze Durchführung, Organisation, Fahrzeugverteilung. Und hier lässt man sich das aus meiner Sicht schon nicht nehmen, einen an der anderen Stelle spüren zu lassen, ja, wir haben hier die Entscheidungsverantwortung. Und wie gesagt, also ganz extrem ist mir das begegnet bei diesen Diskussionen, wenn neue RTWs kamen. Welche Hirocs darf denn einen neuen RTW kriegen? Und welche bekommt die, die die Feuerwehr schon seit zwei Jahren gefahren hat? Okay, na, das ist dann schon krass, weil es ja auch, also geht es ja nicht darum, dass ich jetzt ein zwei Jahre altes Auto habe, sondern auch das Thema Wertschätzung, weil es natürlich ein klares Signal ist, dass du den alten Müll bekommst, den DBF dann loswerden will. Ja, richtig, aber genau so läuft das so in, nicht in Groß-Großstädten, also so eine Million aufwärts, aber schon so im 200.000 bis 500.000, 600.000 Einwohnerbereich läuft das tatsächlich so, weil man sich da natürlich auch mehr kennt und da ist das nicht so groß. Da ist ja auch jeder neue RTW was Besonderes. In Städten wie, keine Ahnung, Berlin, München, Köln würde ich jetzt sagen, wo Hunderte von RTWs mit einer Bestellung kommen, da ist das halt einfach wurscht. Okay, bei uns ist es so, dass die Hirocs ihre eigenen RTWs haben, also sie beschaffen selbst, wir haben da kein einheitliches Bild. Ich glaube, in Köln ist es ja so, da sind doch alle RTWs gleich oder zumindest nur das Logo wird, glaube ich, einmal ausgetauscht werden überhaupt oder alle fünf sind drauf. Es gibt eine Differenzierung zwischen Sonderbedarf RTWs, die sind nämlich alle von den Hirocs und dann zwischen Regelrettung, aber da sind alle gleich. Ja, Luis, abschließend noch die Frage, was das Thema Ausbildung angeht. Also hattest du im Rahmen deiner Ausbildung auch Themen, die die Feuerwehr angehen, wo du sagst, okay, da hast du mal grob kennengelernt, wie die Feuerwehr tickt, wie sie aufgebaut ist? Nein, im Rettungssanitäter überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass mal ansatzweise irgendwie über das Thema Gruppenführer oder so gesprochen wurde, aber nicht intensiv oder im Zweifel wendet euch an den mit der roten Jacke. Ich glaube das schon. Im Notfallssanitäter wird das, meine ich, nochmal etwas intensiver behandelt, wobei man nicht in diese Tiefe reingeht mit FEDV 100 und Führungskreislauf, ABC-Dienste. Und hier muss man ja auch sagen, auch hier herrscht ja aufgrund des Föderalismus ein heilloses Chaos unter den Feuerwehren, was eigentlich die einzelnen Bezeichnungen und auch Westenfarben angeht. Und das macht es natürlich dann auch schwer, überhaupt darauf auszubilden. Also letztlich ist es so, man hat dann zwar so ein grobes Vorwissen, man kommt dann aber in die Stadt und bekommt erstmal gesagt, also hier ist alles anders. Und ja. Also ich glaube, diesen Spruch, den kennt jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann, der mal die Feuerwehr gewechselt hat, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, dass jetzt komplett alles anders ist und sowieso alles viel besser ist. Aber du hast natürlich einen wunden Punkt angesprochen. Ich muss sagen, als ich noch im Ehrenamt war in der Freiwilligen Feuerwehr, wir hatten in den Rettungsassistentenschulen, also damals noch, und die haben auch wirklich praktische Übungen gemacht. Also im Rahmen des Lehrgangs war es so, die sind hergekommen, durften mal Auto zerschneiden, durften mal Releiter fahren, das finde ich ziemlich cool. Du hast gesagt, im RS war es bei der nicht, im Notfallsanitäter weiß ich es nicht, aber das wären natürlich mal so coole Erlebnisse, um mal mitzubekommen. Ja, wie ist denn das? Aber genauso auch andersrum. Also in der Freiwilligen Feuerwehr macht man einen Erste-Hilfe-Kurs, da geht es ja eher ums Doing, aber so viele Strukturen über den Rettungsdienstler hat man dann leider auch nicht kennen. Also ich weiß, dass ich damals in Aachen auf einer Wache war, da gab es jetzt aber auch nicht so viele HIORK-Wachen, wo wir einige hatten, die quasi bei der BF hauptamtlich fahren und dann Teilzeit bei der HIORK waren. Soviel zum Thema übrigens nerviger Rettungsdienst. Und die haben dann schon teilweise mal so acht Stunden Fortbildungen organisiert und wirklich mal darüber aufgeklärt, was ist ein Gefahrenbereich, abhängig von welcher Einsatzlage, wie groß ist der dann, der Radius und so weiter, wie läuft das? Und da habe ich schon mehr mitgenommen eigentlich dann aus der Ausbildung. Also es ist mal wieder, man kann es nicht anders sagen, es steht und fällt mit den Fortbildungen. Leider ist es im großstädtischen Setting eigentlich kaum möglich, auch aufgrund der Einsatzfrequenz, das vernünftig über die Bühne zu kriegen, weil bevor ich die Leute oder 20, 30 Leute an einem Fortbildungsabend platt mache, samstags, setze ich die halt lieber auf dem RTW. Und deshalb kommt das leider etwas zu kurz. Also was sicherlich ein guter Eingriffspunkt ist und so haben wir das dann auch gemacht, als ich noch im Ehrenamt war. Man hat dann einfach mal die Rettungswache besucht, war dann mal zwei, drei Stunden vor Ort, hat sich mal ein RTW erklären lassen, hat dann eben auch mal einen Orgel da gehabt, der mal so die Struktur erklärt hat. Und das hat mir einfach viel gebracht, unabhängig davon, ob es jetzt in der Ausbildung war oder nicht. Und das wäre ja auch was, was ich mitgeben möchte. Also gerade, wenn ihr jetzt in der freiwilligen Feuerwehr seid, nutzt einfach mal so eine Möglichkeit, die Rettungssache zu besuchen. Stimmt euch da mal aus, stimmt euch da mal ab, weil dann kann man einfach wahnsinnig viel mitnehmen und kann dadurch natürlich auch die Zusammenarbeit verbessern. Und vielleicht sogar mal, also das geht so bei kleineren Settings, wobei, eigentlich kann man immer eigentlich durchaus auch mal fragen, hör mal, ich bin hier in der freiwilligen Feuerwehr, kann ich nicht mal mitfahren? Irgendwie eine Schicht. Also das ist, glaube ich, eigentlich immer möglich, wenn ich Corona so der Rundkiss. Und eigentlich kommen auch Rettungsdienste dann sehr schnell von selbst ins Reden, was sie alles schon mal loswerden wollten. Deshalb tut das, glaube ich, ganz gut, dieser Perspektivwechsel. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz guter Tipp. Als ich noch ein bisschen jünger war und meine ganzen Kumpels dann so in den Zivi gegangen sind und viele sind natürlich in den Rettungsdienst, haben die mich auch ab und zu mal mitgenommen. Und diese Einblicke waren wirklich super spannend und man bekommt da unheimlich viel mit. Also wenn ihr auch so eine Chance habt, nutzt die auf jeden Fall. Ja. Gut, Luis, dann möchte ich mich bei dir bedanken für deine Tipps, deine Hinweise, deine Erfahrungen und ja, einfach mit diesem Ziel, dass man hoffentlich da die Zusammenarbeit verbessert. Ja, egal wo es ist, in der Großstadt, in der Kleinstadt. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg mit deinen ganzen Dingen, die du machst. Vielleicht noch einen kurzen Ausblick, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du gehst jetzt in die Promotion, wenn ich das im Podcast richtig verstanden habe. Richtig. Also ich möchte promovieren. Erstmal cool, dass du unseren Podcast hörst. Hoffentlich nicht nur als Vorbereitung. Nee, ich möchte promovieren. Ich habe auch eigentlich alles schon, was man dafür braucht, aber es ist eine unglaublich zähe Geschichte. Also das empfehle ich wirklich nur Leuten, die es machen wollen. Und wer Karriere machen will, der soll sich wirklich überlegen, ob er die Zeit da platt macht, die er aus Berufserfahrung eigentlich mitnehmen könnte. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das heißt, ich werde jetzt auch nochmal eine Güterabwägung machen. Wie sehr ist mir jetzt dieser Doktortitel und wie wichtig ist mir vielleicht dann mal voranzukommen mit anderen Dingen. Weil irgendwann habe ich halt formal dann auch mein Studium vor gefühlt drei Jahren abgeschlossen. Dann ist es halt auch schwierig. Und genau, aber eigentlich würde ich schon gerne noch promovieren. Also ich würde es mir auch wünschen. Einmal natürlich für dich, aber auch für uns, weil ich glaube, diese Kombination, ich meine, du bist ja jemand, der auch viel über Social Media veröffentlicht und weitergibt. Das mal zu begleiten und mitzunehmen, ist natürlich auch mal interessant. Und ich glaube, du stößt halt auch auf viele wichtige Erkenntnisse, die du auch über diesen Weg publizieren kannst. Und deswegen würde es mich persönlich sehr freuen, wenn du diesen Weg gehst. Okay, danke. Ich drücke dir die Daumen, halt die Ohren steif, Luis. Und ja, dir, wenn es mal wieder soweit ist, eine angenehme Rettungsdienstschicht. Mach's gut. Super, danke. Ciao. Wenn du wissen möchtest, wie man als Führungsgehilfe mit sieben praktischen Tipps den Einsatzleiter glücklich machen kann, dann klick auf das Video hier oben. In dem Video hier unten zeige ich dir, wie die perfekte Lagemeldung geht. Und wenn du meinen Kanal abonnieren möchtest, klick auf das Feuerwehrleben-Logo hier vor mir.